Hier ist die DDR. Hier Berlin, hier West-Berlin. Da sind wir und Mike da. Und dazwischen, die Mauer, hunderte von Soldaten. Wenn du rüber willst, wirst du erschossen. Mike ist also da drüben gefangen und wir kommen nicht zu ihm. Die Frage ist also, wie kriegen wir Mike von da wieder zu uns zurück? Wir beamen ihn zurück. Ich schließe! Stoppen Sie den Ballon! Auf Wiedersehen, mein Freund. Spinner. Drei, zwei, eins! Drei, eins!